Willkommen zu diesem Demo-Video. In diesem Kurzvideo zeige ich Ihnen, wie die TTS Learning & Support Lösung mithilfe von SAP S4 HANA Endanwender unterstützen kann, in dem Moment, in dem Sie es am meisten benötigen, wenn Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in Ihrem Arbeitsprozess anwenden. In diesem konkreten Beispiel folgen wir Ben. Ben ist Account Manager im Unternehmen. Vor ein paar Wochen hat er einen Kurs zu SAP S4 HANA in Kombination mit der Fiori-Schnittstelle besucht und ist nun bereit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Jetzt sitzt er wieder an seinem Schreibtisch und ist gerade dabei, einen neuen Kundenauftrag im System anzulegen. Da das Training aber schon einige Zeit zurückliegt, könnte er dabei etwas Hilfe gebrauchen. Der TTS Quick Access, auch bekannt als die Orange, bietet eine Lösung. Wie Sie sehen können, ist SAP S4 HANA mit der Fiori-Schnittstelle bereits gestartet. Während der Einführungsschulung wurde Ben erklärt, dass er, wann immer er Unterstützung oder Anleitung benötigt, einfach auf die Orange in der Windows-Systemablage klicken muss. Das Quick Access-Fenster wird geöffnet und zeigt sofort alle relevanten Support-Inhalte im Kontext des aktiven Fensters an. Der Inhalt des Quick Access-Fensters ist in verschiedene Kategorien der Unterstützung unterteilt. Es liefert Ben als Anwender genau die Informationen, die er benötigt, um die gewünschten Aufgaben zu erledigen. Es liegt an ihm zu entscheiden, welche Unterstützung er benötigt. Da Ben zu diesem Zeitpunkt keine Hilfe braucht, kann er das Fenster schließen und in dem Moment of Need jederzeit wieder öffnen. Aber für den Zweck dieses Demo-Videos lassen wir das Quick Access-Fenster geöffnet. Schauen wir uns an, wie Ben bei seiner Aufgabe, einen neuen Kundenauftrag zu erstellen, unterstützt werden kann. Aus dem Kurs weiß er noch, dass er dies über die Registerkarte Create Sales Order macht. Bitte beachten Sie, dass sich der Inhalt des Quick Access-Fensters an den aktuellen Kontext anpasst, wenn Ben zu einem anderen Bildschirm innerhalb von SAP navigiert. Ben beschließt nun, dass er etwas Hilfe gebrauchen könnte. In diesem ersten Beispiel öffnet Ben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Kundenauftrags. Die visuelle Unterstützung zeigt an, wo in der Applikation die Schritte ausgeführt werden sollen. Und da sowohl die Anwendung als auch die Anleitung auf dem Bildschirm angezeigt werden, kann Ben die Schritte in der eigentlichen Anwendung in seinem eigenen Tempo ausführen. Ben kehrt zur Übersicht der relevanten Themen zurück. Im zweiten Beispiel öffnet Ben ausführlichere Informationen zum gleichen Thema. Außerdem können alle Arten von Dokumenten kontextabhängig geordnet werden. In diesem Beispiel hat er Zugriff auf eine Übersicht der Bedarfsarten im Kundenauftrag. Und obwohl dieses Dokument über das Quick Access-Fenster angezeigt wird, kann das Dokument selbst physisch an einem anderen Ort gespeichert sein. Zum Beispiel im Intra oder Internet. Auf SharePoint oder einem anderen Dokumentenmanagementsystem, das in seiner eigenen Organisation verwendet wird. Falls Ben diese bestimmte Aufgabe noch nie gemacht hat oder er eine Aufgabe für einen seiner Kollegen übernehmen muss, kann es für ihn praktisch sein, ein kurzes E-Learning zu absolvieren, eine Übung zu machen oder ein kurzes Demo-Video anzusehen. In diesem Beispiel wird die Aktion Create Sales Order anhand einer kurzen interaktiven Simulation erläutert. Das Feedback in dieser Simulation zeigt ihm an, welche Aktion er durchführen muss, um die Aufgabe zu erledigen. Bei Bedarf kann Ben auch auf den vollständigen E-Learning-Kurs zurückgreifen, den er vor ein paar Wochen absolviert hat. Wenn er mehr Einblick in den seiner Aufgabe zugrunde liegenden Prozess erhalten möchte, braucht er nur auf den Prozess Sell from Stock in der Kategorie Processes and Concepts zu klicken. Die Prozessansicht gibt ihm einen Einblick in die von seiner Organisation verwendeten Geschäftsprozesse einschließlich einer Übersicht über die beteiligten Rollen und Links zu relevanter Dokumentation. Es ist auch möglich, zum Beispiel den Helpdesk oder einen Subject Matter Expert über E-Mail oder ein anderes Kommunikationsmittel zu kontaktieren. Nehmen wir jetzt an, die über die kontextabhängige Hilfe angebotenen Themen waren nicht das, was er gesucht hat. Mit der Volltext-Suchfunktion kann Ben die gesamte Inhaltsbibliothek durchsuchen. Und wenn zufällig nichts Nützliches dabei herauskommt, kann er über die Quick-Access-Symbolleiste neue Inhalte anfordern und den Suchtext an eine externe Anwendung wie SharePoint, Google oder zum Beispiel die Helpdesk-Anwendung seiner Organisation weiterleiten. Software in der Cloud wird häufiger als je zuvor aktualisiert und um mit dem Release-Prozess Schritt zu halten, ist es möglich, die Orange zu nutzen, um den Anwender über Änderungen in SAP S4 HANA selbst oder die Bereitstellung neuer unterstützender Dokumentation zu informieren. Zum Beispiel wird Ben beim Aktivieren der Anwendung Create Sales Order über eine Windows-Push-Benachrichtigung darüber informiert, dass eine Änderung im Formular Create Sales Order stattgefunden hat. Und schließlich ist die Orange nicht nur für die Unterstützung von SAP S4 HANA vorgesehen, die Orange kann den Endanwender mit jeder Art von Geschäftsanwendungen unterstützen und arbeitet anwendungsübergreifend. Schauen wir uns kurz einige Beispiele an. Beispiel für Microsoft Outlook. Die Marketingabteilung hat Ben gebeten, seine Firmensignatur zu aktualisieren. Da das keine tägliche Aufgabe ist, hat Ben vergessen, wie man das macht. Die Orange bietet Hilfe. Beispiel mit PowerPoint. Ben muss mit einem seiner Kollegen eine Verkaufspräsentation vorbereiten. Er nutzt die Orange, um ein schnelles E-Learning-Modul zur Zusammenarbeit in Echtzeit in Microsoft aufzurufen. Beispiel in Salesforce. Ben hat während einer Vertriebsveranstaltung viele wertvolle Leads gesammelt und möchte diese nun in Salesforce einpflegen. Und auch hier kann in dem Moment of Need Unterstützung von der Orange kommen. Damit sind wir am Ende dieses Demo-Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.